Hörmanns-Eder-Bau mit Sitz in Haag am Hausrock. 1986 von Josef Hörmanns-Eder gegründet, ist das Familienunternehmen heute als Komplettanbieter der Ansprechpartner für ihr Bauvorhaben. Egal ob Glasbau, Wintergierten, Bauelemente, Holzbau und Zimmerei, Dachdecker und Spengler oder auch als Generalunternehmen. Der größte Vorteil für den Kunden liegt darin, dass sie nur einen Ansprechpartner haben. Sämtliche Detailfragen und Abläufe, Zeitpläne werden bei uns innerhalb der Sparten besprochen und geplant. Somit bleibt dem Kunden einfach mehr Zeit für wichtige andere Entscheidungen bei seinem Vorhaben. Ebenso können wir die Bauzeit enorm reduzieren, weil wir gewerksübergreifend arbeiten und die Abläufe koordinieren. Das Credo bei Hörmanns-Eder – optimale Lösungen für alle baulichen Fragen und Aufgabenstellungen. Mit professioneller Betreuung vom Erstgespräch bis zur Endabnahme begleitet das Team die Kunden bei Bauprojekten jeglicher Art. Also unsere Berufung ist eigentlich, dass wir die optimale Lösung für den Kunden finden. Das beginnt bei uns im Erstgespräch, wo wir sehr detailliert schon auf Kundenwünsche eingehen. Im nächsten Schritt kommt dann die Entwurfsplanung, wo wir die ganzen Ideen auf Papier bringen. Wenn der Entwurf einmal steht, dann kommt es zur Einreichung, wo wir den Kunden bei sämtlichen Behördengängen unterstützen und begleiten. Im nächsten Schritt kommt dann die Ausführungsplanung. Da werden alle Detailfragen, die wir dank unseren großen Leistungsspattern uns alle im Haus intern lösen können, zusammengeführt. Bei Hörmanns-Eder trifft jahrelange Erfahrung in der Baubranche auf ein ausgedehntes Netzwerk an Partnerbetrieben und ein kompetentes Team. Das die höchsten Ansprüche an sich selbst stellt. Unser Ziel ist immer, dass wir das bestmögliche Ergebnis und einen reibungslosen und termingerechten Ablauf der Baustelle den Kunden ermöglichen. Hörmanns-Eder bietet daher professionelle Lösungen für Bauprojekte aller Größen. Unser Leistungsspektrum bei der Firma Hörmanns-Eder ist sehr groß. Das reicht von der kleinen Gartenmauer über Einfamilienhäuser, Sanierungen, landwirtschaftliche Bauten bis hin zu großen Industrie- bzw. Wohnbauprojekten. Ganzheitliche Denkweise, Freude am Arbeiten und mit scharfem Blick für Details. Bei Hörmanns-Eder baut man mit Leidenschaft. ghastliche D comida und mit Leidenschaft. F sea di Mutale Wundersch embargo damit nicht leidendisieren unseres Trib STEUKL verbreiten.